Seid gegrüsst Gaming-Freunde für eine weitere Folge von Assassin's Creed Odyssey. Hier ist euer Don. Willkommen zurück. Wir sind hier in der Porfino-Höhle. Und zwar im Opernstock und dann gibt es hier ein Nostrakon-Rätsel. Und zwar sollte die Lösung hier in Svinites Steinbruch sein. Es ist nur die Frage, wie komme ich jetzt nur hier raus? So, was ich natürlich nicht weiß, ist... was uns dort erwarten wird. Ich hoffe, es geht auch nicht großes Kämpfen durch. Ich hoffe, es geht auch nicht. Ich hoffe, es geht auch nicht. Okay, ich denke... Wir müssen hier runter. Ist schon wieder. Okay, dann Glück gehabt, das war es auch schon für Marmori Moral. Bis zum nächsten Mal.